1, 2, 3, auf die Straße frei! 3, 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 2, 3, auf die Straße frei! 4, 3, 2, 3, auf die Straße frei! 3, 1, 2, 3, auf die Straße frei! 2, 4, auf die Straße frei! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, auf die Straße frei! In der Nacht! Das ist meine Hand, eine Faust, machst du sie wieder auf und legst sie deine in meine. Ich müsste Sätze mit Bedacht, ich all den, als ob sie mein Sechstanz unkommens werden. Applaus, Applaus, für deine Worte, mein Herz geht aus. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es noch mehr Ärzte gibt, die nicht damit einverstanden sind. Und dass es viele Ärzte gibt, die seit langem darauf warten, dass endlich mal eine wirklich wissenschaftliche Begründung für diese ganzen Maßnahmen auf den Tisch kommt. Und das ist leider nicht der Fall bisher. Die Bundesregierung lehnt jeden Dialog mit Kritikern ab. Es ist unglaublich. Ich habe einige Kollegen gefragt, die diese Maßnahmen für gut heißen. Was denn der PCR-Test ist? Was die sich unter dem PCR-Test vorstellen? Wie funktioniert der überhaupt? Die wussten das nicht. Die konnten das nicht beantworten. Unglaublich. Ich kann wirklich nur alle Kollegen dazu aufrufen, sich wirklich mal eingehend damit zu befassen, auch die kritischen Stimmen anzuhören und sich dann ihr Bild zu machen. Und nicht einfach das Futter, das man ihnen zum Fraß vorwirft, zu fressen und dann den anderen Leuten nach dem Mund zu reden. Mein Name ist Pierre Mouberje und ich bin ein Augenarzt. Mein Name ist Klaus Brecken. Ich bin Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich stehe hier in Leipzig für die Menschheitsfamilie, insbesondere für die Schwachen in unserer Gesellschaft, unsere alten Mitmenschen und unsere Kinder. Ich stehe hier in Verbundenheit zu meiner Berufsordnung, zu der Genfer Deklaration und verpflichtet dem Patientengesetz, welches verankert ist im bürgerlichen Gesetzbuch. Letztendlich wird der Kampf im Körper über das Immunsystem entschieden. Und daran sollten wir arbeiten und denken. Wir haben genug davon. Aber es bewegt sich was. Wir haben acht Veranstaltungen, glaube ich, im Moment in Leipzig und auf jeder ist was los. Und wir werden jetzt wieder auf Tour gehen. Wir werden wieder in Deutschland fahren. Ich möchte jeden ermutigen, auch die, die jetzt immer wieder sagen, wir müssen direkter werden. Wir müssen mehr erreichen. Wir müssen unsere Strategie ändern. Wir müssen gar nichts. Das Einzige, was wir müssen, ist beharrlich bleiben. Das Einzige, was wir müssen, ist friedlich bleiben. Und das Einzige, was wir müssen, ist mit langer Ausdauer, mit dem aufrechten Rückgrat, wissen, dass die Wahrheit auf unserer Seite ist. Was glaubt ihr, was ihr seid? Na, ich sag's euch. Ihr seid Liebe. Ihr seid Fülle. Liebe und Fülle umarmt euer Herz. Ihr seid Liebe. Ihr seid Fülle. Liebe und Fülle umarmt euer Herz. So steh ich hier vom Krasi-Museo und spiel für euch dieses Lied. Um euch daran zu erinnern, wer ihr seid und schon immer wart und auch ganz sicher bleibt. Singt mit mir mit. Was sind wir? Wir sind Liebe. Wir sind Fülle. Liebe und Fülle umarmt euer Herz. Nochmal. Wir sind Liebe. Wir sind Fülle. Liebe und Fülle umarmt euer Herz. So vergesst dies bitte nicht. Ja, Pfeif zum. Oh, ist ein schöner Tag, oder? Danke.